Kann man mit einem sehr flachen Rücksprung gut Golf spielen? Ich denke ja, aber man muss auf ein paar Sachen achten. So, ich würde immer jemandem empfehlen, neutral hochzuschwingen, weder zu steil noch zu flach. Aber manchmal kann der Golf einfach so besser und so ist es natürlicher. Und man muss als Golfer und als Trainer flexibel sein. So, mit dem Driver geht es auf jeden Fall. Warum? Der Ball ist schön hoch aufgeteilt. Nur, und das ist bestimmt bei dir auch aufgefallen, ein flacherer Rücksprung bedeutet normalerweise mehr Hookspin und ein eher flacherer Ballflug. So, klar, das muss man dann einkalkulieren. Dann, und das werde ich auch vom Boden jetzt gleich erklären, ist es wichtig, dass du die Hände, Arme und Schaft auf der gleichen Ebene behältst. Tendenz von dir ist zu hieben und hieben ist Gift. So, wenn du es schaffen kannst, die Schulter flach zu rotieren, aber die Schulter Ebene bleibt auch gleich oder sollte gleich bleiben. Wir wollen nicht, dass die rechte Schulter hochkippt und nicht die Arme heben, nicht den Schläger nach vorne kippen. Einfach das passieren lassen und automatisch wird der rechte Arm den linken überholen. So, ich ziehe ein bisschen nach rechts, obwohl der Wind von links kommt. Und ich werde wirklich darauf achten, hier zu bleiben. Und ich werde schön flach ausrollen. Da haben wir es. Einen schönen, flachen, langen Draw. Okay, so das geht auf jeden Fall. Was aber muss ich tun, wenn ich den Ball vom Boden spielen muss? Weil das Problem, wenn ich den Ball vom Boden spiele, ist, dass ich zu früh den Boden treffe, wenn ich auf der gleichen Ebene runterkomme. So, wenn jemand mir sagt, du musst flach ausrollen und trotzdem den gut treffen, dann würde ich sagen, okay, gut, ich starte den Abschwung auf der gleichen Ebene. Aber ich werde versuchen, mich so weit wie möglich nach links zu drehen. Okay, ich komme von innen hier, aber ich muss nach da raus. Dieses nach links drehen wird mir helfen, den Boden später zu treffen. Weil, wie gesagt, die Gefahr ist, viel größer zu früh zu treffen, wenn ich so flach ausrolle. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, du darfst nicht Becken nach vorne schieben. Wenn du das Becken nach vorne schiebst, dann wirst du noch flacher. So, für dich ist dieser Winkel zwischen Bein und Oberkörper extrem wichtig, dass du es beibehältst. Und ich würde auch hier ein bisschen schummeln und den Ball hier ein bisschen mittig spielen und nicht links von der Mitte. Denkt daran, etwas nach rechts zu ziehen. So sehr wenig divot mit dieser Methode. Da war wirklich ein Linkstrahl, das war fast ein Hook. Aber ich habe mich sehr weit nach rechts ausgerichtet. Und der Ball ist auf dem Fairway. So, ja, wenn du es unbedingt möchtest, du kannst das. Aber wenn du einen flachen Rückschwung hast und den Ball slice oder fett triffst, dann stimmt irgendwas nicht. Dann guck mal dieses Video genau an. Weil ich habe dir genau gezeigt, wie du es so hinbekommen könntest, wenn du es unbedingt möchtest. Es ist wirklich schön, dass es beim Golfen verschiedene Wege gibt. Es soll einfach Spaß machen. Okay, vielen Dank fürs Zugucken und ich sehe dich sehr, sehr bald wieder.